Ich mache im NBG mit, weil wir Atommüll haben, der da ist. Es ist nicht die Frage, ob wir das Problem lösen müssen, sondern dass wir das Problem lösen müssen. Und ich möchte, dass andere Leute sich darum kümmern und sich dieser Herausforderung annehmen. Und weil ich das von anderen verlange, deswegen denke ich, sollte ich auch das, was ich habe und kann, einsetzen. Mein persönliches Ziel im NBG ist tatsächlich, Partizipation mit Inhalt zu füllen. Ich glaube, dass das nicht alles ist. Ich sehe auch eine Gefahr. Wir fokussieren im Moment so sehr auf Partizipation und wir dürfen die Wissenschaftsbasiertheit des Verfahrens nicht vergessen. Am Ende meiner Amtszeit würde ich mir wünschen, dass wir Wissenschaftsbasiertheit und Partizipation besser zusammen denken können.